Mein Name ist Nadine Angerer und ich spiele für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft. 2003 habe ich die WM von der Bank als Auswechselspielerin miterlebt. Das ist eine sehr schöne Erinnerung, weil es ein unglaublicher Teamspirit in dieser Mannschaft war. Das Turnier war extrem, weil wir definitiv nicht die beste Mannschaft waren. Aber jede Spielerin von Nummer 1 bis 23 hat das Gefühl gehabt, wichtig zu sein für die Mannschaft. Klar war ich ehrgeizig und habe immer hart trainiert, aber der Fokus war ganz klar, dass wir den Titel gemeinsam gewinnen. Wir haben mit dem Golden Goal gewonnen, ein sehr spannendes Finale. Ich habe mich nicht so wirklich mit der Golden Goal-Regel befasst. Nachdem wir das Tor geschossen hatten, dachte ich, das Spiel geht noch weiter. Ich habe alle zurückgehalten, weil alle auf den Platz stürmen wollten. Ich so, nein, 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 das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich war natürlich falsch gelegen. Mein Name ist Nadine Angerer. Das ist mein besonderer Moment der FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Ich wundere champen damals für heute reminders. Er hat einen et stauli nim, der Muslimisch Hecht. Es war es, was er im רוצat. Er hat verschiedene Kinderen aus dem Blickens formally knapp unserer 真的s. Ich werde näher schauen. Ich habe alle in die Broadenșipation Oklubice auf den essasusalemen. Untertitelung des ZDF, 2020